Willkommen zu Tacheles aus Breckerfeld. Wann genau die Saat der Toleranz in unseren Kirchen, Gemeinden und auch Gemeinschaften gesät wurde, ist im Einzelnen schwer festzumachen. Aber eines sehen wir sehr, sehr deutlich. Die Saat der Toleranz, die geht auf und es sind wenige, die dazu tatsächlich auch Stellung nehmen. Reden wir mal Tacheles darüber. Tacheles reden, das bedeutet ja so viel wie völlig unverblümt, die Meinung zu sagen. Und genau das sollten wir als Christen zu jeder Zeit tun. Also ja, das Ganze ist schon ein schwieriges Thema, denn eines müssen wir bei so einem Thema immer vorausschicken. Jesus liebt jeden Menschen, aber er, der Allmächtige und Schöpfer dieser Welt, hasst die Sünde. Das ist eine zeitlose Tatsache. Gott und sein Wort, die haben sich nicht verändert. Doch überall dort, wo wir die Saat der Toleranz aufgehen sehen, werden oft ja so ganz schleichende Prozesse in Gang gesetzt. Aber wie werden diese Prozesse dann auch sichtbar? Indem zum Beispiel Sünden langfristig einfach geduldet werden. Wenn man irgendwie unbiblische Lebensstile gegenüber aufgeschlossener wird oder auch Freizügigkeit in jeglicher Hinsicht einfach gefördert wird. Man lässt vieles gewähren und hofft, dass es am Ende dann doch irgendwie gut gehen wird. Wenn Sie jetzt denken, ja, was ist denn daran so falsch? Dann kann ich Ihnen von der Bibel her nur sagen, der einzige wahre Gott Himmels und der Erde hat viele Namen, in denen er sich zu erkennen gibt. Aber an keiner Stelle nennt er, der Herr, sich der Tolerante. Ganz im Gegenteil. Gott sagt, dass er heilig ist. In 1. Petrus 1, Vers 16 heißt es, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Vielleicht müssen wir heute wieder mal daran erinnert werden, dass sich Heiligkeit und zügellose Toleranz einfach ausschließen. Wenn wir das Alte Testament lesen, dann sehen wir immer wieder, dass Gott anderen Göttern und Götzen gegenüber überhaupt gar keine Toleranz zeigt. Und so ist es auch mit der Heiligkeit ein gesetzter Maßstab, an dem sich auch heute alle messen müssen. Reden wir mal Tacheles. Ich frage Sie heute ganz unverblümt. Haben Sie den Mut, heute Heiligkeit zu leben? Oder ist die Saat der Toleranz bei Ihnen schon am Aufgehen? Diesen Fragen, denen müssen wir uns stellen, denn wir haben keine Zeit, um den heißen Brei herumzureden. Bis zum nächsten Mal mit Tacheles aus Breckerfeld. Und bis dahin seien Sie doch ein Segensleuchtturm. Maranatha, unser Herr, komm und bitte heute, Ihr Johannes Vogel.